Mit seinem unverkennbaren Stil entwickelte sich der österreichische Maler und Grafiker Oskar Kokoschka im 20. Jahrhundert zu einer Ikone des europäischen Expressionismus. In seiner figurativen Malerei strebte Oskar Kokoschka nie nach einem Abbild der Realität, sondern interpretierte die Formen seiner Motive sehr frei. So spiegelt sein Stillleben Sommerblumen im Glaskrug aus dem Jahr 1969 auch ohne konsequenten Realismus die opulente Pracht eines Blumenstraußes. Kokoschka definierte mit seiner Pinselführung nicht alle Details, doch die Farben der Blüten ordnete er den einzelnen Pflanzen ganz wie in der Natur zu. Diese hochwertige Edition auf Künstlerleinwand ist auf 980 Exemplare limitiert und exklusiv bei Ausmundi erhältlich. Künstlerleinwand Künstlerleinwand Untertitelung des ZDF, 2020